Hallo, heute gibt es von unserer Seite aus mal ein kleines Experiment. In Zukunft wird es noch weitere Experimente von uns geben, aber wir starten heute mit einem ganz kleinen Experiment. Dafür braucht ihr einfach Wasser. Wir haben jetzt eine Schale gefüllt, sodass ich das gerade beim Dreher vor mir stehren kann, einen Waschlappen und eine Seife. Der erste Schritt ist, dass ihr den Waschlappen nass macht. Also ich tue ihn jetzt mal ins Wasser und tue ihn auswenden, sodass das überschüssige Wasser rausgeht. Ich lege den mal kurz hin und stelle das Wasser weg von mir. Und dann kommt der nächste Schritt. Jetzt braucht ihr die Seife und macht einen Pumpstoß und noch einen drauf. Und dann müsst ihr das so ein bisschen verreiben, dass das einfach ein bisschen Masse, also ein bisschen Platz einnimmt. Und dann dreht ihr die Seife von den Waschlappen so, dass die Seife von euch weggeht. Und dann müsst ihr ganz stark in den Waschlappen reinpusten. So. Und das war jetzt mal unser erstes Experiment. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. THE KURRAGE IMAGEM KURRAGE Vielen Dank.